Keine Ahnung, wie die Audiospur jetzt wird, aber ich hoffe mal nicht so dramatisch wie sonst immer bei den letzten paar Parts bei The Bay of Isaac. Ist egal, wir müssen nur noch ein Gebiet machen. Die Amazonas und das hat ein extrem schwieriges Ersichtmen. Den ganzen Untergrund durch, ähm, ja, ohne den Pogos-Stick zu untersprechen. Das heißt, nicht hinlaufen, nix machen, einfach nur Pogos-Stick einmal von links nach rechts durch. Super. Das hat mich schon bei der NES schon angekotzt und das wird mich jetzt schon wieder ankotzen, aber ich mach das privat dann einmal auf easy. Oder auch normal. Und extrem muss ich wirklich laut Guide in Steam das ganze Spiel so durchspielen, ohne einmal Game Over zu gehen. Und das klappt nicht. Das muss ich schon sagen. Okay, wir reichen nach Amelkion jetzt. Oh, das Level ist so einfach. Ja, wir haben wieder das Bonus-Level. Ja. Geil. Geil. Es gab auch, ähm, ja. Achso. Wieso komme ich da nicht durch, bitte? Hä? Was ist das für eine Unsinn? Wand, egal. Da bin ich letztes Mal auch gestorben. Danke für den Lift, Launchpad. Nein, problemo. Lift ist ein meiner Lieblingsprinzipien von Aerodynamik. Oh, ich sage, hast du dein Radio, Herr McD? Ja, ich sage, ich sage, ich sage. Ja, ich sage, ich sage. Die Geschichte ist ein sehr guter Weg. Die Geschichte ist ein sehr guter Weg. Der Mann ist ein sehr guter Weg. Aber es ist ein Weg für die Begriffe, das in der Klampe, und ich bin nicht weg. Ich bin nicht mehr weg. Ah, ich muss es sehen. Ah, ich muss es sehen. Oh, ich mag das Geld. Ja, der Gott ist, tropfst du nix da raus. Oh. Ha. Ähm, ähm. Du, du. Du, du, du. Du, 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 du. Äh, ähm. Nein, du gibst mir kein Geld. Oh, nein. Launchpad. I found an ancient coin, depicting a nightingale. Needle. You haven't stumbled across a pizza joint down there, have you, Mr. McDill? I'm getting, kinda hungry, okay. Oh, I'm not even going to dignify that question with the response. Oh, ich mag Musik. Du, 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 du. Besser als in die NES-Version. Das war dumm von mir. Nee. Wieso wir das denn schaffen, bitte? Da, 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 da. Da ist hier nix. Da ist ein Kuchen. Hallo, Mr. Fino. So. So, ab hier muss ich dann alles mit dem Pogestick machen. Mach ich aber nicht. Das heißt, ich mach das nicht. Ich kann hier alles sammeln, dann wieder rausgehen und dann, ähm, ja. Ab hier musst du machen. Ich weiß es nicht, ich muss nochmal ins Team einkommen. Okay. Das war auch bei NES nicht so gewesen, dass da hier ne Schlange war. Da, 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 da... Ja. Einer Kuchen, und dieser hat eine Egel auf. Man muss, ich glaube, 5 Münzen sammeln, ne? Ne, sogar 5, 8 Münzen sogar. Ja, gut. Ja, das haben wir doch gesehen hier. Haha! More money for me money bin! Genau, und das habe ich gesucht, das Geheimnis, ja. Es wird kein 100 Prozent. Ich guck mal, wie gut ich hier durchkomme, und dann mache ich das mal. Man kann das reseten, also. So, es klappt doch, hier hat alles wunderbar. So soll das auch so sein. Nee, ich war Mr. Spinner. Ich darf auch kein Sch... Ach. Schaden nehmen. Aha! A coin bearing the image of the queen's horse. Ach, ich musste einmal so machen. Okay. Das ist auch seit einem Monat her, wo ich das mal durchgespielt habe. das ist auch so. Ach, verdammt. Also, auf die Stange muss ich ja aufpassen. Also, das wird schwierig. Und danach wird's einfach. Wie es hier aussieht. Das ist noch eine Stelle, wo ich noch verkacken kann. Das ist so geil. Oh Gott, ey. Wie muss ich das denn machen, bitte? Auf NES war nicht so lange gewesen. Du, 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 du. Oh Mann. Nee, komm, ich lass das. Ich mach das auf easy. Nee, komm, ich... Da will ich echt, äh, sagen, ich mach das auf easy mal. Ja. Ähm, weil halber Schaden umgehen kannst, das Schaden ist schon was anderes, ne? Ja. Hey! Look at this! An ancient coin with the image of a scythe. It must represent a good harvest. This is Lunchpad. Calling Mr. McD. What is it, Lunchpad? I'm running on a little robot fuel up here. Well, where are the extra fuel connoisseurs? Hey, 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 that's why I'm calling you, boss. I checked the glove compartment, but I found was gloves. Oh, yeah. You'd best find those fuel canisters, but the next thing you'll be flying is a mortal air flame. Okay, okay. This time I ask you for help. Is that a promise? Off you go! Yep, weg mir durch. Oh, God, ey. Der war mies. Der war so derbe mies. Wirklich. Ich glaube, ich werde hier sterben. Ich werde so derbe hier sterben. Ja, muss ich kein großer Künstler sein. Und so sterben. Oh, my arms are getting tired. Off my goal. Found another one. And it depicts the ruling might of a spear. This is Launchpad. Mr. McDade. Come in, Mr. McDade. Oi, oi, oi. Launchpad. What was that? Oh, nothing, boss. I'm sure nobody was using that tree anyway. Oh, hört sich nicht gut an. Hört sich nicht gut an. Ja, ich bin aber hungrig. I'm sure. Dum. Dum. Bien! Kommt, da geh ich nicht rein. Ich muss ein bisschen auf meine HP achten. Ups, das war knapp. Hallo Mr. Gorilla. Geld, Geld, Geld! Wir brauchen Geld für die... Oh man, das war dumm. Das war wirklich dumm von mir gewesen. Das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Das ist noch wenigstens einfach. War noch nicht. Auf NES müssen wir nach links gehen. Hier muss man nach rechts gehen. Aha! Diese Klinik bietet eine Bildung der Skälen der Justiz. Nur was ich brauche, um einen Scepter zu finden. Hallo Mr. BD, ich hatte ein Gefühl. Launchpad, warum beginnst jetzt und spiel einen perfekten Rekord? Das ist eine gute Frage. Ich habe nicht all den Tag. Was war dein Gefühl? Ich habe es mir gedacht? Ich habe es vergessen. Launchpad, warst du sehr als Kind auf deiner Kopf? All die Zeit? Warum? Ich mag den Remakes so gerne. Das ist so geil. Ihr müsst das mal auf Steam spielen! Oder auf PS3, Xbox 360 oder wo das dann mal rauskommt. Komm in, Launchpad. Ich habe etwas gefunden. Es ist eine Klinik von Manko Kapkwack auf dem Schlag. Und es sind acht Sekunden von Notchen rundherum. Das ist gut. Das ist gut. Es sagt uns, wie wir finden den Schaden? Ich bin nicht sicher, was es sagt uns. Aber ich bin sicher, dass es eine wichtige Klinik ist. Bless mich, Bagpipes. Diese Klinik, die ich gefunden, wird perfekt in diese Notchen fit. Oh! Du hast du gesehen, eine Ancient-Incan-Pokker-Table, Mr. McD. Wie geht's denn, ich runter? Du hast mich in für eine Hand. Du kommst hier, und ich habe dir ein Blut in die Hände. Du solltest, dass du einen Augenblick auf den Schaden hast, oder? Ja, das stimmt. Schade, Schade ist ein Blut. Launchpad. Was ist, wenn die Bilder auf diesen Kliniken symbolisieren die verschiedenen Kirchen von Manko Kapkwack? Vielleicht, wenn ich ihn mit ihnen beschreibe? Das funktioniert nicht. Hey, vielleicht musst du sagen die magischen Worte? Ja, vielleicht nicht. Schau mal an das. Die älteren Stadt der Manko Kapkwack. Und das Blut des Lichtes. Es muss sich an den Tempel der Gläufe beherrschen. Aber wie soll ich mich übernommen? Hier, Mr. McD. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. Du, da, da, da. Da muss hier die Bienen ausweichen. Oh, das war knapp. Leben, leben. hoch mit dir Alter ist das knapp also so Harakiri Aktion in Amazonas ist wie ich immer ganz gut okay alles hier einsammeln das ist sehr schön gibt's hier noch irgendwas schönes zu sehen nein gibt's hier nicht wir sind jetzt im Tempel angelangt wie viel ich nur noch weiß von der NES-Vision das ist einfach unglaublich ja ist ein Felsen ja ist ein Felsen ich hasse sowas oh hallo Mr. Inca man komm komm eh danke sehr ist so geil der entgegenert ganz einfach eigentlich hier oh Oh! Ich hätte eigentlich 18 gebeten! Hier gibt's nix! Oh ja! Weg mit euch! Nix! Nix! Okay! Oh! Mr. Inka! Das war nicht gut! Nee, 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 nee! So fangen wir grad nicht an! Nee, nee! Wollt ihr ein Achievement haben? Hier, habt ihr! Das ist ein Achievement! Ja, ja! Ich bin so gut! Oh, hier bin ich mal gestorben! Ich bin genau hier 19 Leben eigentlich! Eigentlich! Oh, ich mag das nicht! Auf geht's! Ba-da-ba-da-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam! Nicht stehbam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam! Was?! Keine Ahnung, woher er runtergesprungen ist! Jetzt haben wir einen schönen langen Hals mit der Schlange. Wie lange geht das Level hier denn noch? Oh man! Oh oh oh! Ah verdammt! 20 Leben eigentlich... Oh das war knapp! Gib mir die Millionen! Gib mir die Millionen! Hier wäre ein Herzteil! Oh toll! Eigentlich ist er entgegen einfach. Aber ich glaub nicht, dass ich mich zwei Hälfte das schaffe. Glaub ich nicht. Da ist es, der King's Scepter! Okay, nicht so einfach wie NES-Visionen, aber einfacher. Also nicht so einfach wie NES-Visionen. Er hat seine Phasen. Ja. Und schon verkackt. Ja. Da hab ich grad nicht aufgepasst. Wie gesagt, eigentlich ist er einfach. Okay. Nur seine Pateren aufpassen. Komm her! Ach, komm! Ich weiß nicht, ob das zerquetscht einen One-Hit hört. Ich weiß nicht, ob das zerquetscht ist. 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 Fair and square This is no time for bellyaching, Domgold I've got to save those boys Ha, forget it That she-devil's long gone You can't catch her now Maybe you're right, Flinty Oh, that leaves me no choice How about a deal? You help me get the boys back And you can keep the five treasures Ha, without your dime I'll become the richest duck in the world And you'll be nothing but a shriveled up old husband That dime's not worth 10 cents next to the safety of my boys Do we have an agreement? Are you joshing? It's a deal You know what I think, McDuck I think you've gone soft You've let those pesky rugrats become a business liability And I'm gonna be the richer for it Oh, go soak your head Oh, this is the same way Yes, it's the same way Okay Now remember our deal, Flinty Help me rescue the lads And the treasure is yours You keep up your end And I'll keep up mine Gut, ähm Mal hier kurz ein Card Und, ähm Man sieht's nicht gleich weiter Es ist doof Ich dachte, man könnte noch die Welt noch irgendwie machen Na gut Zum Auswählen bringen Na gut, bis gleich Okay Okay Untertitelung des ZDF, 2020